Wir sind in diesen 0711 Club gegangen. Und wir wurden ein bisschen aufgehalten, haben da ja abends schon noch ein bisschen angefangen zu verkaufen. Wie gesagt, einen guten Teil hatten wir natürlich schon den Abend vorher verkauft, stimmt. So war das nämlich genau. Einen guten Teil, also um die Hälfte müssen wir abends schon verkauft haben, weil wir in dem Club waren. Und die Situation, warum ich alleine vorgegangen bin, war die folgende, weil als ich noch Leute, die ich schon abkassiert hatte, noch, ich glaube, zwei Füchse aus dem Auto rausgeholt hat für die. Und der kam ein Stückchen später nach. Ich bin auf diesen Eingangsbereich von diesem Club zugegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit Schotter oder Asphalt hielt, auf jeden Fall mit so Zäune, so Passantenzäune abgesteckt, so aufgestellte Zäune. Und kommt mir Afrop hingegen. Und ich hatte vorher, wir haben das Tapetierisch gefeiert. Er war einer der Artists, warum wir da überhaupt hingefahren sind. Das Rolle mit Hip-Hop war das, glaube ich, damals. Hab ich extrem gefeiert. Das war mit der erste deutsche Hip-Hop, der mich dann nochmal richtig geflasht hat. So das hatte für uns damals so, das war so mit am nächsten am Ami-Rap irgendwie für mich gefühlt. Und für IC auch so. Das hatte so ein bisschen, ja, das hatte was Neues, Deutsches im Hip-Hop irgendwie. Also gefühlt. Ich mag den auch heute noch gerne hören zwischendurch. Na ja, auf jeden Fall hatten wir auf der Fahrt dahin klargemacht, ja, wenn wir den treffen, kriegt der Fuchsgras von uns in der Hand gedrückt. Ja, und der kam auf mich zu. Wir waren komplett alleine auf diesem Vorhof. So, da hat sich gerade nichts bewegt. Er kommt auf mich zu. Ich gehe auf ihn zu. Ich halte ihm so die Hand hin und er mir auch, als wenn wir ihn schon ewig kennen würden. Und ich habe ihm direkt diesen Fuchs in die Hand gedrückt und bin weitergegangen. So, und drehe mich an der Tür um und gucke zurück, weil ich war da auf Eisig. Wo ist Eisig? Und er blieb immer noch stehen, aber drehte sich dann auch wieder um Richtung Eingang. Und ich sage, er war auch schon gut angetrunken. Da habe ich direkt gemerkt, so, er hat voll nach Alkohol gestunken. Und steht so da, guckt sich in seine Hand, also guckt sich den Fuffi an und guckt so zu mir zurück und freut sich voll und lacht, dreht sich auf, steckt so ein und geht weg. Da habe ich gedacht, okay, jetzt hast du wenigstens mal gesehen, weil den habe ich euch gefeiert zu der Zeit und habe auch genau das gemacht. Scheiße, Eisig hat es verpasst. Und kam in dem Moment so, der hat ihn auch noch gesehen, der kam mir auch noch entgegen und kam, hey, das war Afro, Afro. Also ich sage, ja, ich habe ihm den Fuchs in die Hand gedrückt. Ich fühlte uns gefreut wie kleine Jungs damals und voll dicht auch. Und dann sind wir runter in diesen Club und den fand ich erst recht kacke, muss ich sagen. In dem Club war es so scheiße heiß und das ist so ganz dunkel, sieht aus wie ein Gewölbe und ganz tiefe Decken. Und nach zwei Stunden hat der Original, nachdem, da hat der Schweiß von der Decke getropft, ganz sicher. Keine Ahnung, das Gebäude wird es nicht selbst gewesen sein. Alle voll durchgeschminkt, wie gesagt, es ist Hochsommer draußen. Stuttgart hat auch noch einen richtig schönen Sommer. Also das waren richtig heiße Tage dort. Auf jeden Fall irgendwann, ich weiß nicht, so für zwei, dreihundert Mark ein bisschen was verkauft, vierhundert Mark ein bisschen was verkauft, bin ich mit Eisi erst mal raus und draußen auch geraucht. Wir haben da drin nicht geraucht, wollte ich nicht. Wir haben draußen geraucht, weil wir verkauft haben. Da habe ich gesagt, wir rauchen nicht, wir gehen raus, irgendwo auf dem Parkplatz oder sonst immer hin, lauf weg vom Auto. Und Autoschlüssel bleibt auf dem Rad liegen. Wir sehen das Auto, da geht keiner bei. Wenn nicht, sind wir schnell genug. Also wir haben keinen Autoschlüssel dabei. Auf dem Festivalgelände dann natürlich. Ja, den kannst du ja nicht draußen irgendwo liegen lassen oder irgendwo hinlegen. Aber so abends beim Rauchen war das so rausgegangen, ein paar Mal zwischendurch, dann auf dem Parkplatz noch ein bisschen was gemacht, verkauft. Wieder reingegangen und irgendwann denke ich so, ich habe mir den Tresen angeguckt und irgendwann habe ich gedacht, der Tresen verschwindet doch da in der Mauer, irgendwie in der Wand einfach. Und direkt vor dem, alles schwarz in dem Club, war so eine Schwingtür, so eine, aber ganz geschlossen, so eine. Also ich bin der Meinung, es war eine Schwingtür. Irgendwann habe ich gesehen, dass direkt vor dem Tresen einer nach nebenan in den anderen Raum geht, wo der Tresen dann weitergeht. Das war dann der VIP-Bereich. Stumpf einfach reingegangen, habe ich da endlich ins Sofa. Ja, draußen da, wo die, wo die Gäste sind, die Club-Gäste sind, die einfach da Tanzfläche feiern, Tresen, ganz normaler Club halt irgendwie. Das war alles total ungemütlich. Also das war, das hat einen mehr aufgefordert stehen zu bleiben alles und so. Und ich meine, es war voll die lange Fahrt hinter uns. Ich bin voll müde, voll dicht und so. Habe auch ein bisschen was getrunken jetzt schon. Ja, haben mir zwei, drei Bier gelangt auf den Abend, ne. Da war ich schon gut angeschickt, also von dem Alkohol auch noch. Habe zwischendurch noch mein Blech gehauen, mein Blech gezogen, so, ne. Konnte ja nicht sein, als hätte ich eigentlich, wollte ich das bis zum nächsten Tag aufheben, habe ich dann auch nicht hingekriegt, so. Abends dann noch geraucht, das weiß ich auch noch. Ja, aber ich Bock drauf hatte auch, ne. So. Und dann habe ich mich in meiner Latzhose da unten hingesetzt, so, auf das Sofa. Irgendwann saß dieser flowen Emo neben mir, der war aber voll abgedichtet, ging mir tierisch auf die Nerven, der Typ. Quatschte mich zwischendurch irgendwie voll und dann den Typ mal auf der anderen Seite, auf dem anderen Sofa, voll hibbelig. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, geh mal weg, Junge. Harris ist die ganze Zeit rumgetrunken, das fand ich wohl lustig. So eine rosa Handytasche, so eine plüschige, mit seinen Backs immer drin, weißt du. Und dann jeder Olle hing so halb auf dem Krökeltisch, so Tischfußball, ne. Und immer wenn der Alte vorbeigekommen ist, klatsch, bläh, so voll der eklige, lange Typ, Junge. Einfach richtig lustig, so. Jede Olle, die an ihm vorbeigekommen ist, erstmal klatsch einen auf dem Arsch. Hat sich voll feiern lassen, da der Vogel. Aber köstlich, tierisch, so abgefüllt, ne. Die haben nächsten Tag eine Auftritte, die Jungs. Voll egal. Fand ich gut. Irgendwie. Ja, und dann saß ich da bestimmt schon zwei, drei Stunden und irgendwann saß Afro neben mir. So, sag mal, ey, du bist doch der Typ mit dem Gas. Ich so, ja, der bin ich. So, gibt's da noch was von? So, dann haben wir bestimmt noch zwei oder drei Fofi-Tütchen angefangen. Und dann irgendwann er immer Whisky-Cola bestellt. Der war voll wie ein Eimer, ging gar nicht mehr. So, würde mich nicht wirklich wundern, wenn von der Nacht nichts mehr da ist. Ab vier Uhr morgens ist bestimmt nichts mehr da gewesen. Nächsten Mittag um ein Uhr stand er in den gleichen Klamotten auf der Bühne. Voll durchgefeiert, Junge. Aber das hab ich noch gesehen. Und kurz danach war die Verhaftung dann irgendwann. Also den, weswegen ich hingefahren bin, den hatte ich auf jeden Fall mitgekriegt. Obwohl ich hab die Zeit mit Verkaufen verbracht. Ich hab ihn so, ich hab mitgekriegt, der ist auf der Bühne erwischt. Und er hat mich da nicht irgendwo hingestellt. Ich hab den so von aus der Distanz nach Kunden schauend, hab ich den mitgeerlebt. Einfach nur. Keine Ahnung, da waren zwei, drei Bands irgendwie. Rapper for Him. Ich weiß gar nicht mehr, wer da alles war. Da war eine Unmengel. Ich glaub, da waren 20 Artists oder so den Tag. Ich glaub auch noch ein Ami-Act dabei und sowas alles. Also es war schon ein cooles Festival im Grunde. Was halt gar nicht ging, war dieser Asoziale auf Kommerz ausgerichtet. Diese volle, wir verdienen uns dumm und dämlich an euch. Dieses Ding. Dass du nichts mitbringen durftest auf das Gelände. Die haben auch dein Essen weggeschmissen am Eingang. Du musst dich dort verpflegen. Musst du. Hast du Hunger über den Eingang? Und du kriegst irgendwann Hunger. Du musst ein Bratwürstchen für 4,50 Mark kaufen. Was schon teuer ist für eine Mark 80. Weißt du? Das stößt mir bis heute daran, wenn ich zurückdenke auf. Das fand ich voll asozial. Und unglaublich, wie viel Polizei. Sowas habe ich noch nie bei einem Festival gesehen. So ein Polizeiaufmarsch. Ich meine nicht, dass ich der Festivalgänger wäre und viele mitgemacht hätte. Aber so ein paar habe ich mir vorhin schon angeguckt. Das habe ich noch nie wieder danach gesehen. Wie gesagt, das ist so ein Tagesding. Das geht dann bis spät abends, 10, 11 Uhr und dann eine Schicht im Schacht. Da ist nichts mit Übernachtung oder Zeltplatz oder so ein Kram. Das ist ein Betongelände. Ein Tag. Samstagmittag bis Samstagabend. Und dann verpisst ihr euch alle wieder, wenn wir euch ausgesaugt haben. So kam mir das davor. Und dann spröckelt er es schon von seinem Mem zero an. 4 ... Där bin ich nicht für ihn. Ich finde dass ihr euch tatsächlich Kelseyrobot ausk surroundingsern screwed.